Wir sehen uns in der neuen Folge Bootsfrauen. Wir haben für uns ein Haus gegen Daily Runs. So, und ja, wir spielen eine neue Map. Mal gucken, wie die Gegner hier sind. Aber wir sind halt auf Zerstörungslaune, ne? Sag ich mal. Die Grafik wurde auch ein bisschen verbessert seit dem letzten Patch. Halt's auf. Die ist jetzt richtig sexuell, würde ich sagen. Alter, guck mal, da fährt schon irgendein Penis aus, aus Stein. Krass. Moment, wie laufen wir denn los? Ja, wir machen einen Push über Bord. Ach so, man muss sich gleich teleportieren. Ist das so ähnlich wie dieser Sand-Modi, der mal war? Alter, du hast gar keine Ahnung, oder? Ich hab überhaupt gar keine Ahnung. Ja, das ist wie Battlefield. Du musst jetzt hier gleich die Kristalle einnehmen. Okay, ach, das ist Conquest. Okay, alles klar. Das tut mir so, als ob ihr gar keinen Plan habt. Ja, ihr seid eine LoL-Prost. Hey, hey, hey. Ihr habt übrigens, ihr seid Level 3, ne? Das heißt, cool. Ist das so? Ach, lol, da gehen die Plattformen, Kinder, auf. Ah. Ich hab ja gesagt, der kommt so ein Stein. Also, drei gehen wir denn raus? Ui! Jetzt! Hier, zack, I, äh, E. Wir gehen über Bord und die anderen rennen erstmal nach oben. Einer muss durchrennen nach oben. Einer muss durchrennen nach oben. Na, ich nehm einen. Ach so. Oh, fuck, ich muss nach oben. Tschüss. Easy. GG. Halte ich das, Mathe, sind das... Ja, ja, du hast das, du hast das, du hast das. Ja, dafür haben die Ghost mitgenommen. Das sind einfach die übelsten Pros, Alter. Für die Rennerei. Ja, aber alle Ghost mit denen hast du auch keine Vorzeiten mehr. Ja, das stimmt. So ist es. Da ist Drexai. Gib ihm! Kreffer. Hä, was sind das für coole Minions? Geil. Hilfe. 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 Max, ich schätze ihn noch nicht. Deliranz. Oh. Ja, Mann. Easy. Das war schön. Schönes Ding. So. Geil. So. Läuft gut. Ist ja auch so. Minions? Alter, hat was ein Minions. Tatsächlich. Ich muss nur noch schauen, dass wir den euch eins auf die Fresse hauen. Hilfe. Hilfe. Was Hilfe? Wie schnell lädt man denn hier? Ich habe schon Level 5. Was the fuck? Ja, komm mal, Lothari. Gehst du nach oben? Obwohl. Ja, ich finde sie auch nicht so dufte. Ja, dann warte. Ich bin recht da. Die gehen ja auch immer in den Jungle und dann machen sie uns von der Seite und über. Ich verstehe auch nicht, wie man die scheiß Item einsetzt. Leute, der Tom geht auf sie. I'm coming. Drauf. Gebt ihr. Ah cool, der Ding schießt. Ist ja geil. Ey, hier kommt noch wer. Hallo, Dreh. Ja, bin da. Oh, geil, 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 geil. So. Pass eigentlich. Kein Stress. Oh fuck, ich bin tot. Ich, äh, ja, wir haben eine Basis. Geil, Jungs. Geil. Wir machen uns gar keinen Stress. Ich glaube, das geht schnell rum. Ist das, wer als erstes Null-Punkte hat oben, der hat verloren? Äh, ja. Alles klar, perfekt. Alles klar, dann läuft's. Zwei, drei Minuten noch, Jungs. Komm, Max, wir machen das nächste Mal. Alles klar. Oh, du Lutscher. Gib ihm, Jungs. Oh, ne. Scheiße, der Turm schießt zurück. Lila, Lutsche, Mann. Ich komm auch. Jungs, ich komm auch. Ja, guck mal da. Oh, scheiß kleines Mädchen, Alter. Jo, scheiß kleine Nutte. Zack. Ignite ist drauf. Easy. Und der Bram, der lebt einfach. Weißt du warum? Weil er's kann. Bin tot. Tschüss. Ich bin der Ding da ein. Fahr abschiehen, Junge. Ich bin tot. Ohne Ghost wäre das Ganze. Hab ich gar nicht bekommen. Der Bram lebt einfach. So, jetzt kommt die große Oriana. Lila, loo. Hier kommt der Mann mit dem Schuh. Ich bin Platz 1. So sieht's aus. So, ich geh mal nach oben. Ey, das ist der Kristall der Weisheit. Ich brauch Hilfe, Mundo. Sag euch das mal. Ich dachte, der Stein der Weisheit. Mundo. So. Penny, halt dich schön. Boah, das find ich jetzt ein bisschen hart. Hallo, Drey. Mundus, nimm es Hallo, Drey. Was ist? So, auf die Caitlin. Alter, was? What the fuck? Was machst du denn die ganze Zeit? Was machst du denn? Ich weiß ja nicht, um was es geht in dem Modus. Du musst den scheiß Kristall einnehmen und mir helfen. Wenn Heroes auf mich draufschlagen, musst du den Tank spielen. Sag, weg mit dir. Ach so. Ja gut, ich bin hier mal ADC. So, jetzt hier, go. Auf den Tower. Hilfe. Fertig. Bram. Ja, sorry, ich hab vergessen, ob man einfach reinkann. Ja, wir gehen auf den Boy hier. Ja, den Ludenboy, Alter. Ja, Ludas. Ey, die Ludolfs. Ludolfs. Ich sterbe hier. Wir haben uns wieder eingenommen. Wir kacken hier gerade unten. Oh Gott. Ja, die spielen halt drei gegen einen, weil du gestorben bist. Ja, weil ich gestorben bin, weil du mir nicht geholfen hast, Kollege. Was merke ich mir für den nächsten Jungle Run? Jetzt wäre ich wieder schuld. Dann gehen wir jetzt einfach weiter, Bram. Wir machen jetzt einfach die Kreisrotation. Boah. Warum müssen wir jetzt so viel weggehen? Ja, der war ja der Dummeste, der Junge. Echt mal. So, guck mal, Max, du mal wieder von der Seite? Ich fern hier einfach, die Jungs. Bereit, Junge? Ja, da. Okay, wir haben wir gehen. Jo, 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 jo. Alles klar. Auf die Caitlin, Alter. Oh, geil, Bram. Boah, ne, Alter, wir müssen gehen. Tschüss. So. Tschüss. Komm, wir nimm den hier mit. Das ist nämlich OP. Okay. Das war nix. Gebe ich zu. Alter, Lode. Alter, ihr zwei müsst jetzt die Base einnehmen. Wenn da oben so viele sind. Ihr könnt ja ohne Minions die Base einnehmen. Ihr seid doch zu zweit. Mach dir doch mal weg. Lass dir mal Eier wachsen aus dem Hinterkopf. Ignite. Mit dir. Warn, Junge. Jetzt ist die Tower. La, 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 la. So, Leute, abgeht die wilde Fahrt. Hui. Boah, wie schnell das hier weggeht. Ey, Bram, Junge. Wir nehmen aber zu dritt einen. Richtig grüner Strahl hier. So, ich geh mal nach oben hier. Unser Team supporten, Leute. Was hat denn jetzt? Jetzt hat das aufgehört. Die gut aus, aber musst du in den Tower. Haben wir. Sollen wir jetzt hoch? Ich geh hoch, Jay. Tschüss. Ja, lass mich ruhig allein. Ist okay. Hier ist der Null LeBlanc. Ich bin tot. Da, la, la, kommt. Ach, shit. Da ist sie. Ja, da kann ich jetzt leider auch nix für die tun. Ab und zu kann man sein Trickett benutzen, um sich weg wieder zu beleben. Da kannst du nix für. Shit. Was ist das für ein Item? Alles klar. Ist das ein Romo. Ohne Spaß. Ist das. Ich sage dir. Wer hat sich das ausgedacht? Ich sage dir. Lol. Komm mit, Jay. All planned. Ah. Ah. Der rennt von der Pro nach oben. Okay, da hast du ihn. Gib ihm. Nein. Irgendwas. Ignite drauf. Ignite es drauf. Sprich ihn an. Sprich ihn an. Sprich ihn an. Sprich. Ja. Boah, ist Dominion-Unanz-Game, ey. Ey, 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 ey. Das ist übelst behindert. Ey, guck mal, wie geil die Animationen sind und wie geil die Grafik ist. Und die Map-Mechanics. Jetzt nimm doch mal den Bug-Tower ein. Bin nur dabei. Geiler Boy. So gefällt mir das. Oh, guck mal hier. Mach ich fertig. Mach ich grün. Machst du grün? Ein bisschen Nachhaltigkeit jetzt hier in die Map bringen, Alter. Alter, ohne Spaß. Rixler, du machst mich nicht, du kleiner Zigeuner. Oh, scheiße. Zack, Zigeunerpack. Hui. Boah, klatsch. Einschlag noch. Ja, war weggemacht. Full life. Jetzt rein. Tank ist da, Jungs. Der Tank ist da. Oh, Alter, ey. Dodge. Läu. Pickhure. Hier, 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 kommt raten, Jungs. Pickhure. Wir bauen hier eine Basis und sterben. Alter, wir haben drei. Wie geil unser Leben ist. Ja, sicher, Ehe. Ja, mal. Sicher, Ehe. So, jetzt vier. Ne, die holen oben. Top, ihr macht unten. Komm, go, 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 go. Ja, klar, go, go, go. Hammer, Hammer. Laufen, laufen. Kurz. Mach mal immer die Mechanics, Alter. Jetzt lügt es. Die Colts. Jetzt sind die Colts da. Ey, noch gar nicht im Rückstand. Wie bei den Ghostbusters läuft das hier gerade. Wir müssen noch runter die 400 Punkte finden. Hier bekommen. Ja, ja. Ja, ja. Dann haben wir gewonnen. Boah, LLAC, der triple. Boah, Junge. Boah. 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 Wow. So, ich bin mir eine Heal-Rune. Und weiter, Mario. Jetzt weitergehen, weitergehen. Hier ist hier zwei Champions. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich bin da. Geil. Zack. Die machen wir easy weg. Wir brauchen jetzt Defense hier. Defense. Die. Boah, die Messer, Junge. Ist ihr bereit? Wir machen halt. Wir chasen hier oben gerade zwei. Alles gut. Alles klar. Gib dem Mädel. Gib dem Affen zu. Komm ran, Junge. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Klar, Junge. Oh, leu. Du musst einfach rein. Kriegt er den Damage. Oh, 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 ich hau ab. Geil, du hast zwei. Easy. Beistück. Klar, Junge. Geholt. Was ist hier oben? Oh, leu. Jetzt haben wir vier bevor. Nee, ich glaub nicht. Weil die holen unten. Schade. Nicht, Alter. Der Tal, der, der, der heißt Doktor, Doktor Renat heißt der. Dokteur. Ja, er ist Dokteur. Der wäre noch drei. Ja, ich bin hier schon dabei. Mein Nachum ist es Doktor Renat. Ich geh da hin. Oh, lolololo. Haha. Auf geht's, Max. Alles klar, kämpfen und siegen. Das schaffst du. Sieg und sieg. Auf geht's. Oh, Mann. Boah, das war laut. Du hast die Kraft in dir. Pinkst du ein Bier. Komm, die könnte noch sterben. Loll. Komm, Junge, es gibt ein bisschen Gas hier. Ja, ihr müsst unten jetzt durchrennen. Ja, wir rennen doch schon. Komplett durchrotieren. Mach die weg. Doppel Ignite. Cordy Leblanc. Komm, schön ausgepeitscht, ihr Alte. Im Sert zu J weiß ich mir die richtige. Vollgas. Vollgas. So, geil. Ich steff einfach oben und ihr rennt weiter. Easy as best. Da ist sie. Da ist sie. Mach sie tot. Ja, passt auch, ne. Nicht zu weit. Ich will nicht, ob man da reinrennen darf. So ist es. Ah, bestimmt. Da kriegst du voll den harten Dicken drin. Dann kriegst du einen harten Dicken. Harten Dicken ist immer gut. Ey, Bram, das ist eine Leblanc gegen die du sch... Okay, du hast Balls. Alles klar. Geil. Tschüss. Hilfe. Komm her. Hier unten sind es drei. Komm her. Okay, kann ich nicht halten. Nice. Wir haben hier zwei weggemacht. Weg. Und unten sind drei Stück. Ey, geil. Mach die mir mal den Top Tower, dann muss mir nur irgendjemand hier helfen. Geil. Gleich. Den Steinbruch eingenommen. Geil, Alter. Hier wird richtig dick gehämmert. Geil. Wir haben hier richtig... Sind wir am aufholen. Richtig. Richtig durch. Ja, wir kommen halt übers Late, Junge. Vorsicht hier, Leblanc. Ja, da ist die, Junge, Alter. Boots, 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 boots. Nein, scheiße, ist die abgehauen. Boots, boots. Ejax ist echt so, Alter, ne? Der prügelt da richtig drauf, Alter. Egal, was da kommt. Na, komm, mach mal. Mach mal. Die Schlampe jetzt, Junge. Da, da, da. Oh! Ach, scheiße. Tschüss. So, Double Kill. Sauber, Junge. Der Lieschen erwischt mich immer, ey. Mach mal die anderen Miner. Ja, gib ihm, gib ihm. Ach, du bist... Den auch noch. BAM, Junge, nein. Oh, schade. Mann, Deliranz, du ranzige Nudel. Ja, ey, beleidigt Phil nicht. Stimmt. Okay, sorry, Phil. Hä, der scheiß Tower, der schießt ja auf mich. Alter, guck mal, Jungs, wir machen grad voll die Punkte gut. Alter, hallo, Trin. Wir machen wir wirklich. Ja. Das ist ne Falle. Hallo, Trin, du bist weg. Ja, aber ich hab noch Ulti. Tschüss. Tschüss. Wir rennen jetzt einfach unten weiter durch. Ha! 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 In die Falle. Putz! Ha! Ha! Hab ich leider auf Video. Ha! Ha! Hab ich auf Video. Schön, der Pessler. Zack. Ja, komm jetzt hier durch. Zeit! Ha! Die Morgana hält doch immer alleine. Durch, Jungs! Ich def die Alte hier. Ja, def die Alte mal. Def du mal die Alte. Da haben wir den Point schon wieder. Alter, vier! Vier Punkte, Jungs! Weiter gehen, weiter gehen. Ich hab's auf a quarry, Junge. Türsteher. Weiter gehen, weiter gehen. Wie sieht's da oben aus? Talon, was ist mit Talon da oben? LeBlanc da, rechts, Leute. Die Caitlyn nimmt unten rein. Die Butch. Die Butch. Einer hätte da bleiben sollen. Egal, gehst du einfach zurück und hast dir ein Beil an die Fresse. Kannst du flashen dafür? Nice, nice! Nice, wie gut das war! Nice. Oh mein Gott! Alter, zieh dir rein, Junge, wie fit ich bin! Easy, man! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Ja, 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 bitte, bitte. Phil, sag ich schon. Bam! Oh! Ich töte die Alte, Junge! Alter! Ich hatte kein Ulti. Boah, Alter, als fitte Sau ist das ja mega easy. Ey, das ist so... Ja, nimm einfach alles rein. Aber da unten rechts, ja. Easy. Da geh ich hin. Ich hin, geh ich hin. Hey, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, ey, Mädel. Da hab ich's hin. Äh! Wir sind fast in Führung! Hörst du so aus dem Wunschchen stöhnen? Äh! Alter, wir drehen das noch! Wir drehen das noch! Guck mal auf die Pumpe! Ja, mach mal auf! Ja, mach mal auf! Gib ihm! Nein! So. Ach. Oh, Alter, jetzt geht das wieder los. Zack! Nimm's einfach ein. Easy. Ich komm runter. Easy, Ulti. Ich quitte den ja auch, critte den ja auch nur... Alter, was war das denn? Hä, wie hat er das denn gemacht? Ich hab dir noch Schild. Cheater! An die Wand. Oh, lol. War ja gar nicht... Ich dachte, Ostern sind Gegner. Ich hab mich voll erschrocken. Nee. Komm, AJ und Bram sind einfach so gefeedet. Ich hab das Gefühl, AD Champs sind hier viel, viel besser. Oh! Ja, geil. Jetzt hat sie uns alle abgebrochen. Ja, pass auf, Bram. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Alter, wir gewinnen! Wir gewinnen, Jungs! Alter, wir haben die Quarry sofort! Zu weit! Top lane! Wir haben die Quarry! Wir haben die Quarry! Woo! Yeah! Top lane, Leute. Der Hammer! Woah! Woah! Gib ihm! Nice! Boat! Junge! So, jetzt. Oh mir, oh mir. Oh mir. Wir gewinnen! Wir gewinnen! Wir gewinnen! Bam, Junge! Komm her, Jay. Die Morgana muss unten. Nee, du devst. Einer muss hierbleiben. Einer muss hierbleiben normalerweise. Da oben kommt der LeBlanc, Jay. Schnell wird mich. Oh! Kann man machen? Wie schnell ich weg bin. Ich hab das nicht mal gesehen, Alter. Wie schnell ich weg war. Leute. Wir machen das. Hey, hier unten. Da. Brauchen Hilfe. Oder macht oben. Macht oben. Ich bin tot. Ja, ich geh hierhin. Tot. Ja, Bram, du musst einfach unten deffen. Wenn wir oben einnehmen, haben wir trotzdem drei. Okay. Ihr kommt nicht vorbei, ihr klein Wichser. Boah, das wird richtig eng hier gerade. 68 zu 110. Da muss ich jetzt hier einen erobern. Oh, Bram! Wir kriegen gerade einen Punkt. Ein Schlag noch! Kommt durch! Nimm das Ding ein! Warte, da kommt erst den hier. Easy, easy! Ich mach die schneller! Los, das Ding einnehmen. Hier oben sind zwei, LeBlanc und Talon. Nee, ich... Du jagst ihn, ich nimm das Ding ein. BAM, Junge! Fick dich, du Wichser! Boah, das will ich jetzt ganz schön krass. Das will ich jetzt ganz schön krass. Lass mal jemanden Bram in Ruhe. Nee. Wir gewinnen das. Easy, easy. Heißt denn, das finde ich ganz schön krass, ey. Wo hat man dir denn die Eier weggezogen? Easy, easy. Yo, Alter, ich kille einfach Talon. Yo, ich kille einfach Talon. Einfach so. Bleib einfach hier vor der Base stehen. Boah! Nee, aber LeBlanc hat mich getötet. Bisschen Schaden. Ja, wir bleiben jetzt einfach vor der Base, wenn wir alle gekillt haben. Ich bin groß. LeBlanc. Das ist unangenehm hier, die wir treffen, die haben. Ey, Leute, wir brauchen... Ja, ich bin in... Acht Sekunden. Boah, Junge, damit! Einfach deine Verteidigung. Zwei Hits. Du, 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 du attelerierst die Eier. Wir haben gleich wieder vier Punkte. Die dürfen nur nicht sterben da unten. Und unten ist Talon. Ja. Ich komme, ich komme. Ich muss aufpassen. Der kommt, der kommt, der kommt! Sterbt einfach nicht. Der auch, hab ich sicher. Dad Exhaust. Ich bin groß. Hab ihn. Nice! Ich bin gleich da. Alter, wie easy wir das verteidigt haben. Wie geil das ist. Hast du richtig schön getimed mit dem Sonjas. Ja, der junge Volker, aber der kriegt da selber ins Gesicht, Junge. Für die Sünden seiner Kinder, Junge. Oh Gott. Da kommen jetzt fünf Tower-Ambit sofort. Oh. Oh, wie schnell ich weg bin. Oh Gott. Der Timer! Der Timer! Oh, no! Ich hab Dominion noch nie zu Ende gespielt, glaube ich. Immer vorher gekriffelt. Ich hab das noch nie gespielt. Easy. Easy win. Easy. Geil. Boah, das war nicht. Abonnieren! Ultraspannende. Hey, Leute, Leute, Leute. Phil hat in der Gruppe geschrieben. Echt? Ja, Phil sagt, wir haben ihn noch nicht ausgemacht, weil wir jeden Woche aufnehmen. Das war aber auch nicht zu erahnen. So ein Zufall. Alles klar, gut. Vielen Dank. Dann lass doch mal einen Daumen nach oben da, weil wir so geil waren, Alter. Weil wir einfach auch Dominion liefern. Ja, wo ist das eigentlich die Karte? Ich meine, das eine ist die Kluft und das hier ist? Oh, die war da war eine AFK von denen. Oh, ey. Oh, ey. Das ist einfach Scarface. Sch, 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 sch. Scarface. Der hat keiner mitgekriegt. Scarface. Tschüss. Yes. Das war ein. Hat jetzt ein bisschen Spaß? Also immer kann ich mir das ja nicht geben, aber jetzt gerade hat das ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Danke.